Einzelne kleine Striche glimmen auf meinem Wecker und setzen sich zu zahlen zusammen. 4 Uhr. Es ist nicht so, dass ich immer so zeitig wach bin, aber diesmal alles ist noch so neu und die gerade geöffneten Augen freuen sich über jedes Detail. Hinter dem halb geöffneten Fenster leuchtet es matt und leicht hellblau. Die zurückgezogenen Gardinen werden von dem vorsichtig frischen Wind immer ein wenig aufgeblasen und dann wieder losgelassen. Das zarte Licht spiegelt sich ab und zu in Klebestreifen der Umzugskisten. Die Scheiben des Wandschranks reflektieren ebenfalls in bestechender Qualität, da sie gestern frisch geputzt wurden. Ich muss grinsen, wenn ich daran denke, dass noch kaum etwas an seinem Platz steht, aber Jans Schmetterlingssammlung schon fein säuberlich hinter den Glasscheiben aufgestellt ist. So ist er eben. Jan liegt neben mir und hat den Mund so weit offen stehen, dass er es nicht einmal merkt, wenn ich mit meinem kleinen Finger Spionageflugzeug spiele. Die Spielregeln sind einfach. Mein kleiner Finger kommt aus den unendlichen Weiten des Weltalls geflogen und entdeckt eine neuartige, nie zuvor gesehene Raumstation. Nun gilt es, so weit ins Innere des unbekannten Objekts vorzudringen wie möglich. Wenn Jan sich bewegt oder der Mund zuschnappt, ist die Mission gescheitert. Ich schlage die Decke vorsichtig beiseite und stehe auf. Sicherlich wäre es besser gewesen, vorher den Blick auf den Boden zu richten, aber es ist ja noch nicht wirklich hell und vermutlich hätte ich den Pinsel in ihn nicht gesehen. Er war noch feucht. Naja. An der Zimmertür muss ich mich kurz abstützen, da mir doch etwas schwarz vor Augen geworden ist. Doch das gibt sich wieder. Leisen drücke ich die Klinke herunter. Der lange Gang, der die einzelnen Zimmer verbindet, ist wenigstens so hell, dass ich mich gerade orientieren kann. Bei Matthias im Nachbarzimmer ist die Anlage noch an. Ich könnte bei Musik nicht einschlafen, aber ich habe ja gestern noch nicht so viel Wein getrennt. Die Tür zum Radezimmer steht in Ordnung. Ich schließe sie hinter mir. Zwei Kerzen reichen aus, dass ich genug sehe. Das Verrückte ist, dass auf den Waschbecken so gut wie immer mehr Zahnpastatuben stehen als Zahnbürsten. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Familientube mit drei Liter Fassungsvermögen. Dann können die alle endlich weg. Ich lege mein T-Shirt auf den Wäschetrockner. Das kalte Duschwasser sorgt für Gänsehaut. Das ist toll. Ich reiße meine Wangen an die kalten Flügel und genieße das aufkommende Krabbeln im Bauch. Wie lange halte ich das nicht durch. Durch ein Wohnzimmer kommt man direkt auf unseren Balkon. Und der geht fast über die ganze Seite des Hauses, so lang ist er. Unten auf der Straße fahren bereits die ersten Autos. Doch zwischendurch ist es noch immer fast ruhig. Auch die Laternen sind noch an. Ich räume die Spielkarten vom Liegestuhl und setze mich. Die Welt da draußen ist so weit und offen. Wenn das meine Oma zu mir sagt, weiß ich, das steht strikt von mir und argumentiere mit den täglichen Zwängen des Lebens. Jetzt aber verstehe ich, was sie meint und sauge es regelrecht in mich auf. Die Straßen da vorn bin ich noch nicht einmal lang gegangen. Und von den ganzen Geschäften war ich nur im Tante-Emma-Laden an der Kreuzung. Ich glaube, es ist ein bisschen das Gefühl von Kind sein. Hier gibt es noch so viel zu entdecken und hinter jeder Mauer könnte etwas Unbekanntes warten. Die Luft ist warm geworden. Schön, dass die nassen Haare meinen Hals kühlen und die Steinplatten unter meinen Füßen noch kalt sind. Hinter den Dächern schiebt sich ein kitschiges Rosa über den Himmel. Auf den Tisch hüpfen die Spatzen zwischen den Flaschen hin und her und picken die letzten Essensreste auf. Dabei werfen sie hektische Blicke seitwärts, picken nach einem Brotkrumm und machen dann schnell einen Satz zurück. Wenn die Diebe dieser Stadt genauso offensichtlich vorgehen würden wie die Spatzen, hätten die Kaufhausdetektive leichtes Spiel. Jetzt ist auch mein Magen aufgestanden und beginnt eine recht deutliche Sprache zu sprechen. Ich habe den Küchenlichtschalter zwar umgelegt, aber dann gemerkt, dass natürliches Licht schon ausreicht, da die Sonne bereits aufgegangen ist. Der Kalender datiert den 19. Juni 2010. Die Funkuhr zeigt 5 Uhr und 20. Eigentlich zu zeitig für ein Frühstück. Egal, Eiertest. Die Eier sinken auf den Grund des Wasserglases, also sind sie noch gut. Während die kochen, landen Brötchenhälften vom Vortag auf dem Toaster und... Was ist denn das? Da ist ja noch ein Eis im Grundfach. Das wird sicher nur schlecht, wenn das da liegen bleibt. Und widerstehen kann ich Ihnen nicht. Die Waffe zerbreche ich und stecke sie in die sternförmig geschnittenen Bananenscheiben. Positioniere diese um die Honigbrötchen und stelle die Eier in die Tellermitte. Die Milchgläser nehme ich mit der linken. Ich hoffe, ich komme damit durch die Türen. Alles kommt wohlbehalten auf einer Umzugskiste zum Stehen. Ich schiebe sie näher ins Bett heran. Jan hat sich das Kopfkissen über sein Gesicht gezogen und die Decke auf den Fußboden gefördert. Huch, dann kommen nur los die kleinen grünen Tapsen her. Da werde ich den Pinsel doch lieber mal in Sicherheit bringen. Der Türrahmen ist jetzt auch mit meinen Fingerabdrücken signiert. Ach Jan, du Schlafmütze. Ich hatte schon die halbvolle Blumenvase vom Fensterbrett genommen und sie angewinkelt über seinen Kopf gehalten. Aber dann fiel mein Blick auf den Wecker. Lieber nicht. Also lege ich mich wieder aufs Bett und beobachte einen Schmetterling, wie er nicht aufhört, gegen die Glasscheiben des Wandschranks zu fliegen. Ich würde ihn gern fernsteuern, um ihn wieder aus dem Fenster zu dirigieren. Vielleicht ist sein Lebensabschnittsgefährte ja hinter den Glaswänden an den Kork gepinnt. So wie ich meine Augen schließe, merke ich, wie das Vogelbezwitscher mein Ohr umschmeichelt. Wenn der Schmetterling jetzt noch Luft über meine Haut fächern könnte, stattdessen setzt er sich auf meine Zehenspitzen. Weißt er denn nicht, dass ich kitzlich bin?